herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die hör mal wer da hämmert box alle weiteren informationen zu dieser serie und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zur serie und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung hör mal wer da hämmert die komplette serie das ganze aus dem jahr 2013 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich serie jawohl das ganze kommt ja in einer großen roten box wir haben hier auf der seite einmal das logo der serie hör mal wer da hämmert darunter lesen wir noch die komplette serie und unten links gibt es einen fsk 12 hinweis und unten rechts werden darüber informiert dass es sich hier um dvds handelt ja auf der oberseite geht das ganze hier rot weiter wir haben hier einzelne fotos einzelne szenen aus der serie hier dann auf der seite haben wir so fotos der familie und der hauptrollen der serie und auf der anderen seite haben wir die handlung bzw die beschreibung der box bzw der serie an sich so und zwar lesen wir hier erlebe alle acht staffeln der beliebten heimwerker sendung in dieser komplett box freuen sie sich auf alle 204 episoden der mehrfach ausgezeichneten kult comedy serie hör mal wer da hämmert auf 28 fesselnden dvds getreu dem motto mehr power begleiten sie tim taylor tim allen den selbsternannten heimwerker könig liebevollen ehemann und vater durch sein mit elektrogeräten gepflastertes leben leider hat der moderator der beliebten heimwerker sendung tooltime zwei linke hände und es vergeht kaum eine sendung in der nicht irgendetwas gründlich schief läuft zum glück stehen ihm sein getreuer co-moderator l und die hübsche assistentin später heidi ok ok steht zur seite um das angerichtete chaos zu beseitigen auch zu hause sorgt tims irrglaube ein verdammt guter heimwerker zu sein für einige verwirrungen und hier sind es tims ehefrau chill und seine drei söhne randy brad und mark die einiges aushalten müssen ehe tims heimwerker lust gestillt ist nehmen sie am chaotischen alltag der familie taylor teil und seien sie hautnah dabei wenn der heimwerker könig zum ersten und letzten mal den hammer schwingt hör mal wer da hämmert die komplette serie bringt witzig turbulente wie auch rührende momente direkt in ihr wohnzimmer unvergessliche extras sensationelle gast auftritte sowie jede menge pannen vom dreh machen diese serie zu einem muss für jeden heimwerker ja also das zur info dann haben wir noch die technischen details und einen barcode und da würde ich sagen schauen wir uns das ganze mal an also wir haben hier wie schon beschrieben acht staffeln mit insgesamt 204 episoden und die sind verteilt auf 28 dvds so ich glaube am besten wir kippen das mal hier kurz zur seite genau und dann kommen die einzelnen hier schon zum vorschein die letzte natürlich auch noch mit so so sieht das übrigens von innen aus als auch hier alles in dieser metall optik rot eingefärbt und unten das habe ich noch vergessen hier haben wir noch die details zu den einzelnen staffeln also hier kann man genau nachlesen was es für optionen gibt zum beispiel audio sprachen und so weiter all das kann die nachlesen pro staffel einzeln hier aufgeschrieben gut dann schauen wir mal rein es geht hier natürlich los mit der ersten staffel alle staffeln kommen hier in eigenen cases und dann haben wir hier die erste also die sind recht dick hör mal wer da hämmert die komplette erste staffel 4 disk set und so sieht das auf der seite aus und dann haben wir hier eben eine beschreibung wieder was sich in dieser staffel so tut plus die extras aufgelistet auch hier wieder natürlich die details barcode ok dann schauen wir mal rein so sieht das aus auch hier noch mal von innen alles mögliche beschriftet dann haben wir hier die einzelnen dvds die auch separat noch beschriftet wurden also jede dvd gibt hier aufschluss was für folgen drauf sind und wie gesagt vier dvds hier in dieser ersten staffel drin und hier dann auch noch mal im detail aufgelistet welche folge hier auf welcher disk zu finden ist gut dann die zweite staffel sieht so aus ja müssen jetzt nicht alles so komplett im detail besprechen ich zeige es euch jetzt einfach etwas beschleunigter das ist die zweite staffel staffel nummer drei ihr könnt euch natürlich jederzeit das video gerne mal anhalten bei irgendwelchen stellen um den text dann in ruhe durchlesen zu können ich schaue dass ich euch das immer gut einfange so dann geht's weiter mit staffel vier das ist diese hier die ist jetzt schon ab zwölf jahren die vorigen waren alle ab null oder ab sechs jahren freigegeben hier sind sogar nur drei disks drinnen lesen doch hier genau hier lesen wir es drei disk set staffel fünf auch hier haben wir wieder drei disks dann staffel sechs ist diese hier die ist wieder sechs jahren ok also scheinbar nur eine einzige staffel ab zwölf jahren alle andere dann ab null beziehungsweise sechs jahren aber wie gesagt es reicht die eine einzige staffel oder auch nur eine einzige folge aus die ab zwölf jahren ist und schon ist der zwölfer auch auf der gesamten dvd box wie wir ja am anfang gesehen haben auf der hülle hier da das reicht natürlich aus um die gesamte dann mit einem zwölfer branden zu müssen so staffel nummer sieben sieht so aus auch hier wieder drei disks und zuletzt haben wir dann die staffel nummer acht die finale staffel so sieht die aus jawohl jawohl und auch hier haben wir wieder zum abschluss vier disks gut das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet die eben gezeigten staffeln wie gesagt acht stück wenn die mal kurz hier auflegen damit man das hier halbwegs im überblick hat so genau so sieht das aus also diese acht staffeln die gibt es hier so da ist alles in dieser wunderbaren box hör mal wer da hämmert die komplette serie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der box beziehungsweise der serie schreibt es in die kommentare und wenn ihr die serie feiert falls ihr hör mal wer da hämmert unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war es für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao 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 ciao